Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie man Zahlen im Computer speichern kann. Dazu wird im Allgemeinen die Binärkodierung verwendet. Darüber, wie das genau technisch funktioniert, reden wir hier nur ganz kurz. In erster Linie geht es uns um die Logik dahinter, die wir uns an dieser Stelle anschauen wollen. Erinnern wir uns zunächst noch einmal an unser ganz normales Zahlensystem, mit dem wir alltäglich umgehen. Dabei handelt es sich um das sogenannte Dezimalsystem. Das heißt, wir stellen unsere Zahlen zur Basis 10 dar. Dafür haben wir 10 verschiedene Ziffern zur Auswahl. Wie man das mit einer Sprache vergleicht, sind Zahlen gewissermaßen die Wörter und Ziffern die Buchstaben, aus denen die Wörter zusammengesetzt sind, also unser Alphabet sozusagen. Die Ziffern, die uns zur Verfügung stehen, sind die von 0 bis 9, nicht etwa von 1 bis 10, denn wir brauchen ja auf jeden Fall die 0. Und die 10 ist in diesem Fall ja schon ein Wort aus zwei Buchstaben, also eine Zahl aus zwei Ziffern. Wir fangen also immer bei 0 an zu zählen. Das ist etwas, das uns hier im Zusammenhang mit der Informatik noch öfter begegnen wird. Wie diese Ziffern im Einzelnen aussehen, ist im Grunde genommen egal. Die Form ist willkürlich oder wie man auch sagt, arbiträr. Wichtig ist lediglich, dass man die Zeichen für die Ziffern voneinander unterscheiden kann. Wir kennen unsere normalen Ziffern 0 bis 9 und auch wenn wir sie als indisch-arabische Ziffern bezeichnen, sehen diese im arabischen Sprachraum oder besser Schriftraum etwas anders aus, wie wir in der Tabelle oben rechts auf dieser Folie sehen. Diese Ziffern, diese Zeichen tragen selber natürlich keinerlei Bedeutung, sondern sind einfach nur unterscheidbare Zeichen für uns. Wenn wir die Ziffernfolge 5 0 auf einem runden weißen Verkehrsschild mit einem roten Rand drum herum sehen, wissen wir typischerweise, dass wir hier nicht schneller als 50 Stundenkilometer fahren dürfen. Aber wären dort die entsprechenden arabischen Zeichen auf dem Schild, wüssten wir gar nichts mit diesem Schild anzufangen. Vielleicht würden wir noch erahnen, dass es sich um ein Verbotsschild handelt, weil wir es gewohnt sind, dass Verbotsschilder im Straßenverkehr so aussehen. Aber zumindest die Geschwindigkeit könnten wir nicht ohne weiteres ablesen. Obwohl auf dem Schild dasselbe steht, wüssten wir nichts damit anzufangen. Die Bedeutung liegt also nicht in diesen Zeichen, sondern wir müssen sie vorher erlernt haben. Und diese Ziffern 0 bis 9 haben wir natürlich schon vor vielen Jahren in der Schule oder gar noch früher erlernt, sodass sie uns so selbstverständlich erscheinen und wir so vertraut mit ihnen sind, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was wir da eigentlich vor uns haben. Genauso wenig denken wir darüber nach, wofür denn eigentlich die Ziffernfolge 4711 steht, die wohl jeder von uns gleich als die Zahl 4711 interpretiert hat. Aber eigentlich müssen wir diese Zeichenfolge erst einmal interpretieren. Das heißt, aus der Zeichenfolge, die wir dort sehen, die Zahl errechnen, die diese Ziffernfolge repräsentiert. Und diese Interpretation sieht so aus, dass die 4 an der 1000er Stelle steht, die 7 an der 100er Stelle, die erste 1 an der 10er Stelle und die zweite 1 an der 1er Stelle. Und das ist dann die Interpretation der Zeichenfolge als Zahl. Wir errechnen 4 mal 1000 plus 7 mal 100 plus 1 mal 10 plus 1 mal 1, was natürlich gerade 4711 ergibt. Dies sind wir so sehr gewohnt, dass wir über diesen Interpretationsprozess ebenso wenig nachdenken, wie über das runde weiße Verkehrsschild mit rotem Rand und der Zahl 50 darauf, dessen Bedeutung wir in den Sekundenbruchteilen, in denen wir an ihm vorbeifahren, erschließen. Schauen wir uns diesen Interpretationsprozess noch einmal genauer an. Was sind denn die 1er, 10er, 100er und 1000er, von denen ich eben gesprochen habe? Es sind 10erpotenzen. Und daher kommt auch die Formulierung, dass wir hier zur Basis 10 rechnen. 10 hoch 0 ist 1. Alles hoch 0 ergibt immer 1, wie ihr euch hoffentlich aus der Schule erinnert. Und damit multiplizieren wir die hinterste Ziffer, um den Wert der Zahl zu ermitteln. 10 hoch 1 ist 10. Damit multiplizieren wir die zweite Ziffer von hinten. 10 hoch 2 ist 100, womit wir die dritte Ziffer von hinten multiplizieren. 10 hoch 3 ist 1000 und damit multiplizieren wir die vierte Ziffer von hinten. Und so ginge das dann weiter mit 10 hoch 4, 10 hoch 5, 10 hoch 6 und so fort, wenn unsere Ziffernfolge entsprechend viele Ziffern enthielte. Hier haben wir aber nur vier Ziffern, die Ziffernfolge 4711 zu interpretieren. Wir könnten mit der vordersten Ziffer beginnen, aber dann müssten wir erst einmal zählen, wie viele Ziffern wir haben, um dann die korrekte 10erpotenz zu verwenden. Die ist immer um 1 geringer als die Anzahl der Ziffern, die unsere Zahl hat. Bei dieser kurzen Zahl ist das einfach, aber bei längeren Zahlen kann das auch schon mal unübersichtlich sein. Da es egal ist, ob man von vorne oder von hinten anfängt, mache ich Letzteres, beginne also mit der hintersten Ziffer. Dort steht die 1, die wir also mit 10 hoch 0 multiplizieren müssen. Dazu addieren wir 1 mal 10 hoch 1, dann 7 mal 10 hoch 2 plus 4 mal 10 hoch 3. Die Werte der 10erpotenzen hatten wir uns gerade schon überlegt. Und so haben wir hier also stehen, 1 mal 1 plus 1 mal 10 plus 7 mal 100 plus 4 mal 1000. Und das ergibt natürlich 4711, wie ihr schon geahnt habt. Aufgeschrieben habe ich hier das genau andersherum, nämlich so, wie es der Struktur der Ziffernfolge entspricht. Würden vor dieser Ziffernfolge noch weitere Nullen, sogenannte führende Nullen stehen, würde das nichts machen, weil ja alle weiteren 10erpotenzen dann mit 0 multipliziert würden und dann den Wert daher nicht verändern. Würden hingegen hinter der Ziffernfolge weitere Nullen stehen, würden diese den Wert sehr wohl verändern, weil dann ja die wirksamen Potenzen an den Stellen, wo Ziffern ungleich 0 stehen, andere Werte besäßen. Wenn man sich das einmal so penibel anschaut, bekommt man vielleicht einen ungefähren Eindruck davon, warum den Menschen im ausgehenden Mittelalter, die mit den römischen Ziffern vertraut waren, dieses System nicht unbedingt ganz geheuer war. Warum machen wir das jetzt so umständlich? Nun, weil wir uns jetzt klar machen wollen, dass das Binärsystem im Grunde genommen gar nicht anders funktioniert. Wenn wir uns den Text auf der linken Seite der Folie hier durchlesen, stellen wir fest, dass überall, wo vorher von der 10 die Rede war, jetzt auf einmal von der 2 die Rede ist. Wie das Dezimalsystem die Basis 10 verwendet, so verwendet das Binärsystem die Basis 2 und wird deshalb auch Zweiersystem oder auch Dualsystem genannt. Ansonsten ließ sich die Beschreibung aber exakt so, wie die Beschreibung des Dezimalsystems auf der Folie eben. Hier werden nun alle Zahlen zur Basis 2 dargestellt. Die hinterste Stelle steht also für 2 hoch 0, die davor für 2 hoch 1, die dafür für 2 hoch 2, die davor für 2 hoch 3 und so weiter. Wenn wir diese Zweierpotenzen ausrechnen, ergeben sich als Wertigkeiten für die Ziffern wieder von rechts beginnend 1, dann 2, dann 4, dann 8, 16, 32 und so weiter. Wo also im Dezimalsystem sich der Wert einer Ziffer immer um den Faktor 10 vergrößert, wenn man die Ziffernfolge von rechts nach links durchläuft, vergrößert sich hier der Wert der Ziffern immer um den Faktor 2. Natürlich sind die Zeichen, die wir verwenden, wieder arbiträr. Üblicherweise verwendet man hier 0 und 1. Man könnte aber auch die Buchstaben A und B oder auch ganz andere Zeichen verwenden. Und genau das geschieht auch, wenn solche Werte im Computer verarbeitet oder für Computer gespeichert werden. Beispielsweise auf einer Lochkarte könnten immer Positionen für die Löcher vorgegeben sein. Ähnlich wie auf einem Formular dürfte also nicht an beliebigen Stellen, sondern nur an vorab festgelegten Positionen ein Zeichen angebracht sein. Befindet sich an einer solchen Position ein Loch, könnte dies als 1 interpretiert werden. Befindet sich dort kein Loch, könnte das als 0 interpretiert werden. Oder auch genau umgekehrt, wenn einem das sinnvoll erscheint. Man muss sich nur darauf einigen, denn sonst werden die Zahlen natürlich völlig falsch interpretiert. Im Computer könnte beispielsweise auch Strom an für 1, Strom aus für 0 stehen oder plus 5 Volt Spannung für 1 und minus 5 Volt für 0. Oder es könnten Magneten verwendet werden. Ist ein Magnet in der einen Richtung gepolt, steht dies für 1, sonst für 0. In dieser Art werden Daten auf magnetischen Festplatten gespeichert. Auf einem optischen Datenträger wie einer CD oder DVD könnte ein reflektierender Punkt für eine 1, ein nicht reflektierender für eine 0 stehen. In einem Lichtwellenleiter wie einem Glasfaserkabel könnte man schnell hintereinander das Licht ein- und ausschalten und eine am anderen Ende des Kabels stehende Fotodiode könnte so eine Folge von Einsen und Nullen empfangen. Vom Prinzip her geht all dies auch im Dezimalsystem. Aber häufig ist es technisch aufwendiger 10, statt nur zwei unterscheidbare Zeichen für die Ziffern zu verwenden und möglicherweise auch fehleranfälliger, wobei man sich da einige clevere Strategien überlegen kann, Fehler zu minimieren oder sogar zu vermeiden. Aber das soll hier nicht unser Thema sein. Im Binärsystem haben wir also nur zwei verschiedene Ziffern, brauchen also nur zwei voneinander unterscheidbare Zeichen, eben genau so viele unterschiedliche Ziffern, wie es der Basis entspricht. Zehn Ziffern im Dezimalsystem, zwei Ziffern im Binärsystem und 60 Ziffern im Sechsergesimalsystem, wie wir es bei den Babyloniern schon gesehen haben. Dort hatten wir auch schon gesehen, dass letztere, die 60 voneinander zu unterscheidenden Ziffern, letztlich aus zwei Grundzeichen aufbauten, weil ihnen dies wohl einfacher erschien. Wir verwenden aber hier im Folgenden immer die Zeichen 0 und 1, also ganz normale Ziffern, wie wir sie aus dem Dezimalsystem gewohnt sind. Aber natürlich eben weniger, nämlich die Ziffern von 0 bis 1 weniger als die Basis angibt. Im Binärsystem, also zur Basis 2, ist unsere größte Ziffer die 1. Im Dezimalsystem, also zur Basis 10, ist dies die 9. Würden wir im Oktalsystem rechnen wollen, also zur Basis 8, hätten wir die Ziffern von 0 bis 7. Und im Hexadezimalsystem, zur Basis 16, brauchen wir 15 verschiedene Ziffern, benötigen also Ziffern jenseits der 9. Wie wir das anstellen, werden wir uns im nächsten Video angucken. Haben wir nun also eine Zeichenfolge, wie hier auf der Folie die 1, 1, 0, 1, können wir sie in ähnlicher Weise interpretieren, wie eben die Zahl, die wir im Dezimalsystem gesehen haben. Wir beginnen wieder ganz rechts. Das wäre die Stelle, die wir mit der Basis hoch 0 multiplizieren müssen, also 1 mal 2 hoch 0. Dann kommt als nächstes 0 mal 2 hoch 1, dann 1 mal 2 hoch 2 und schließlich 1 mal 2 hoch 3. Das können wir nun wieder ausrechnen. Ich beginne wieder rechts. 1 mal 1 plus 0 mal 2 plus 1 mal 4 plus 1 mal 8. Und wenn wir das addieren, ergibt das 13. Wir sehen also jetzt, dass die Ziffernfolge 1, 1, 0, 1 im Binärsystem der Zahl 13 im Dezimalsystem entspricht. Nun sieht das etwas irritierend aus, wenn wir hier scheinbar lesen, dass 1101 gleich 13 sein soll, denn das ist natürlich nicht der Fall. Wir müssen auseinanderhalten, dass wir hier in zwei verschiedenen Systemen unterwegs sind und deshalb schreiben wir an die Binärzahl unten eine kleine 2 dran und an die Dezimalzahl eine kleine 10. So sehen wir sofort, dass wir es mit zwei unterschiedlichen Zahlensystemen zu tun haben. Diese Schreibweise werden wir immer dann verwenden, wenn es zu Irritationen oder Verwechslungen kommen kann. Wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, können wir diese Indizes unten an den Zahlen auch weglassen und einfach 1101 schreiben. Auch hier gilt natürlich, dass vor der Ziffernfolge weitere Nullen stehen könnten ohne dass sich der Wert dieser Zahl verändert. Nullen am Ende der Ziffernfolge hingegen würden den Wert verändern. Schauen wir uns einmal ganz kurz ein paar Zweierpotenzen an, die man sich aber auch immer leicht selber ausrechnen kann, da man ja nur unten, also bei 1 anfangen muss und dann den Wert immer verdoppelt. Das war der Grund, warum ich eben immer rechts angefangen habe zu rechnen. 1, 2, 4, 8 und dann immer weiter verdoppelt. 16, 32, 64, 128, 256, 512.000, 24, 2048 und so weiter bis zu beliebig großen Zahlen. Wir sehen allerdings auch schon, dass wir für eine Zahl wie 2048 schon zwölf Ziffern benötigen, also schon ganz ordentlich viele. Jetzt stellt sich die Frage, wie wir denn eigentlich vorgehen können, wenn wir eine Dezimalzahl haben und diese nun in das Binärsystem übersetzen, umwandeln oder wie man auch sagt, konvertieren möchten. Wir betrachten hier nur natürliche Zahlen. Eine natürliche Zahl ist eine ganze Zahl, die 0 oder größer ist, also keine Nachkommastellen besitzt. Diese möchten wir nun umwandeln in eine Binärzahl. Wie gehen wir dazu vor? Wir teilen sie wiederholt durch 2 und nehmen dann immer nur den ganzzahligen Anteil für die weitere Rechnung mit, aber jede dieser Division, die wir da durchführen, lässt einen Rest übrig. Und diesen Rest notieren wir uns. Dann gucken wir uns diese Reste genau an. Die können natürlich immer nur 0 oder 1 sein, wenn wir durch 2 teilen. Etwas anders kann nicht in Frage kommen. Und damit ergeben diese Reste genau unsere Binärkodierung. Warum das so ist, könnt ihr mal im stillen Kämmerlein überlegen oder mit den Kommilitoninnen aus Waldowern. Ich möchte das hier nicht weiter thematisieren, sondern nun einmal ganz praktisch eine solche Umwandlung durchführen. Spielen wir das also einmal an einem Beispiel durch und nehmen an, dass wir die Zahl 197 in das Binärsystem umwandeln wollen. Wir starten also mit der Zahl, Dezimalzahl 197. Diese teilen wir dann fortgesetzt, also immer wieder durch 2. Die ganzzahlige Division ergibt 98. 197 geteilt durch 2 ist 98 mit einem Rest von 1. Das heißt, 2 mal 98 ergibt 196 plus den Rest von 1 ergibt dann die 197. Jetzt nehmen wir die 98, die wir nun ebenfalls durch 2 teilen. Das ergibt 49 und geht glatt auf. Das heißt, wir haben einen Rest von 0. Nun machen wir mit diesem Wert weiter. 49 geteilt durch 2 gibt 24 mit einem Rest von 1. Denn 2 mal 24 ist 48. Also bleibt 1 übrig. 24 geteilt durch 2 ist 12 mit Rest 0. 12 geteilt durch 2 gibt 6 mit Rest 0. 6 geteilt durch 2 gibt 3 mit Rest 0. 3 geteilt durch 2 gibt 1 mit einem Rest von 1. Und 1 geteilt durch 2 ergibt 0 mit einem Rest von 1. Und immer, wenn wir hier in der mittleren Spalte, wo immer die halbierten Werte stehen, wenn wir da schließlich bei 0 angekommen sind, sind wir fertig. Denn alles, was wir jetzt noch teilen könnten, könnte immer nur noch 0 ergeben. Wir könnten also zwar weitermachen, aber wir würden nur noch 0 bekommen. Und diese interessieren uns nicht, weil es führende Nullen werden, wie wir nun sehen werden. Denn nun wollen wir aus dieser Berechnung die Binärkodierung ablesen. Wir lesen diese jetzt nicht etwas aus der mittleren Spalte ab, sondern aus den Resten, die wir bei der Berechnung erhalten haben, also aus der rechten Spalte. Und diese lesen wir nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Das heißt, in dieser Richtung. Unsere befundene Binärzahl ist also 1100101 im Binärsystem. Hier nun einmal aufgeschrieben, die Zahl 197 im Dezimalsystem entspricht also 1100101 im Binärsystem. Ich habe hier diese kleine Lücke zwischen den Werten gelassen, weil diese Viererpäckchen ein bisschen besser lesbar sind, als wenn wir da acht Zeichen, acht Ziffern direkt hintereinander schreiben würden. Das ist so ähnlich, wie man das bei IBANs macht, damit man die Zahl ein bisschen besser lesen kann. Diese kleine Lücke hat aber keinerlei Bedeutung. Man könnte die Ziffern auch direkt aneinander schreiben. Jetzt besteht natürlich das Problem, dass wir uns nicht ganz sicher sind, ob wir auch wirklich richtig gerechnet haben. Deshalb nehmen wir jetzt einmal die Rückumwandlung vor. Wie man das macht, wie wir den Wert einer Binärzahl ausrechnen, haben wir eben schon gesehen. Das ist nun unsere Kontrollrechnung, die wir immer durchführen sollten. Wir rechnen also unsere im Binärsystem vorliegende Zahl 1100101 erneut um in das Dezimalsystem. Wie üblich fangen wir hinten an. 1 mal 2 hoch 0 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 3 plus 0 mal 2 hoch 4 plus 0 mal 2 hoch 5 plus 1 mal 2 hoch 6 plus 1 mal 2 hoch 7. Das können wir nun wieder ausrechnen. 1 mal 2 hoch 0 ist 1, 1 mal 2 hoch 2 ist 4, 1 mal 2 hoch 6. Jetzt müssen wir nochmal überlegen, wie viel 2 hoch 6 nun ist. 2 hoch 4 ist 16, 2 hoch 5 ist 32, 2 hoch 6 also 64. Also haben wir hier die 64 und 2 hoch 7 ist dann entsprechend 128. Also haben wir hier stehen 1 plus 4 plus 64 plus 128. Und wenn wir das addieren, kommt tatsächlich 197 dabei heraus. Das ist nun wieder eine Zahl im Dezimalsystem, weshalb unten wieder die kleine 10 an die Zahl geschrieben wird. Wir haben uns also nicht verrechnet. Aber diese Kontrollrechnung sollte man immer ehrlich durchführen, auch in der Klausur. Denn man kann sich schon recht leicht vertun und das sowohl auf dem Hinweg wie auf dem Rückweg. Wir haben also jetzt beide Richtungen gesehen. Wir kommen von der Dezimalzahl zur Binärzahl und wir kommen von der Binärzahl, das hatten wir vorher schon gesehen, zur Dezimalzahl. Wir beherrschen nun also beide Richtungen. Die einzelnen Ziffern in der Darstellung mit Nullen und Einsen bezeichnet man auch als ein Bit. Unsere Zahl 197 gerade besteht in der Binärkodierung also aus 8 solcher Ziffern, das heißt 8 Bit. Jedes Bit kann, wie wir gesehen haben, den Wert 0 oder 1 haben. Und das macht das Bit zur kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheit. Mit Folgen von Bits können wir, das haben wir gerade gezeigt, natürlich größere Werte abbilden. Mit nur einem Bit, das den Wert 0 und 1 annehmen kann, können wir nur zwei verschiedene Werte darstellen. Haben wir ein Bit mehr zur Verfügung, dann könnten wir mit der Bitfolge aus diesen beiden die Werte 00, 01, 10 und 11 insgesamt also vier Werte abbilden. Mit 3 Bit könnten wir entsprechend 00, 01, 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 01 insgesamt also acht Werte bilden. Mit 4 Bit kommen wir auf 16 Werte, keine Sorge, die lese ich jetzt nicht mehr alle vor. Mit 8 Bit haben wir insgesamt 256 verschiedene Werte. Wir sehen also, dass sich mit jedem Bit die Anzahl der Werte, die wir darstellen können, verdoppelt. Das Wachstum ist also exponentiell, wie das bei manchen Viren auch der Fall ist. Wenn wir n-Bit zur Verfügung haben, können wir demnach insgesamt 2 hoch n verschiedene Werte darstellen, so wie wir das vom Dezimalsystem her ja auch kennen. Dort können wir mit zwei Ziffern 0,0 bis 9,9 insgesamt 100 Zahlen darstellen. Das ist gerade 10 hoch 2. Mit drei Ziffern können wir die Werte von 0 bis 999 darstellen, also insgesamt 1000 verschiedene Werte, sprich 10 hoch 3. Genauso sieht das hier nun also auch aus, nur eben mit der Basis 2. Mit 8-Bit können wir dann entsprechend 2 hoch 8, also 256 Werte darstellen. Mit 16-Bit entsprechen viele mehr, nämlich 65.536. Aufgrund einer verbreiteten internen Architektur von Computern traten häufig Bündel von 8-Bit auf, die von diesen Computern in einem einzelnen Arbeitsschritt verarbeitet werden konnten. Daher hat man sich für diese 8er-Päckchen einen eigenen Namen ausgedacht. Man nennt 8 zusammengehörige Bit auch ein Byte. Auch die 4er-Päckchen tragen einen Namen, der allerdings weniger verbreitet ist. Sie sind ein Nibbel. Der Begriff des Bytes ist euch sicherlich schon vor allem in Zusammensetzung mit Kilo, Mega, Giga oder Tera begegnet. Denn das sind die Größenordnungen von Bytes, die unsere Dateien besitzen, unsere Computer intern als Speicher zur Verfügung haben, die Größe unserer Festplatte angeben und so weiter. Ich hatte eben gesagt, dass die Binärzahlen für verschiedene Werte stehen können. Gerade haben wir gesehen, wie eine Binärzahl für eine Dezimalzahl stehen kann. Aber sie kann auch für etwas ganz anderes stehen, beispielsweise für einen Buchstaben, einen Bildpunkt in einem Foto oder einem Film, einer Musiknote oder einen Ton. Das werden wir uns in weiteren Videos zumindest noch ein wenig, aber nur sehr oberflächlich angucken. Will man dem wirklich auf den Grund gehen, könnte man wieder ein ganzes Semester damit verbringen. Das wollen wir hier aber nicht. Wir haben uns bisher nur Zahlen angeguckt. Genauer gesagt sogar nur ganze Zahlen mit einem Wert von mindestens 0, sogenannte natürliche Zahlen. Wie könnten wir aber negative Zahlen darstellen, beispielsweise eine minus 69? Nun, ein Bit ist, wie gesagt, einfach nur ein bedeutungsunterscheidendes Element. Und wofür es steht, können wir uns selber überlegen. Nehmen wir einmal an, wir würden unsere Zahlen immer mit 8 Bit kodieren wollen. Dann könnten wir das erste Bit auch kurzerhand dafür verwenden, dass es uns als Vorzeichen dient. Ist das erste Bit 0, interpretieren wir die Ziffernfolge als eine positive Zahl. Ist es eine 1, interpretieren wir die Ziffernfolge als eine negative Zahl. Die restlichen 7 Bit verwenden wir wie zuvor gesehen. Das heißt, sie stehen dann wieder für eine Dezimalzahl. Wenn wir also die Ziffernfolge hier auf der Folie haben, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, handelt es sich gemäß dieser Interpretation um eine negative Zahl, da das vorderste Bit eine 1 ist. Die restlichen 7 Bit, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, können wir wieder wie zuvor ausrechnen und erhalten, wie da von hinten gelesen, 1 mal 2 hoch 0 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 3 plus 0 mal 2 hoch 4 plus 0 mal 2 hoch 5 plus 1 mal 2 hoch 6. Insgesamt haben wir also 64 plus 4 plus 1, also 69. Aber vorne noch das Minus, also die Zahl minus 69. Mit den 7 Bit können wir natürlich nur 2 hoch 7 verschiedene Werte darstellen, also beispielsweise die Zahl bis 127. Zusammen mit dem Minuszeichen erhalten wir dann dennoch insgesamt wieder 256 Zeichen, genauer gesagt 1 weniger, da es einen Wert gibt, der auf zwei verschiedene Weisen kodiert werden kann. Ihr könnt ja mal überlegen, welcher das ist. Wir sehen also, dass diese Bitfolge für unterschiedlichste Dinge stehen kann. Sie kann für eine positive Zahl stehen, die wir nach dem Verfahren wie auf den letzten Folien ausrechnen können. Sie kann für eine negative Zahl stehen. Sie kann aber, wie eben angedeutet, auch für etwas ganz anderes stehen, nämlich einen Buchstaben in einem Text oder einen Ton in einem Musikstück. Die Bitfolge selber, da haben wir wieder diesen Aspekt, den ich schon mehrfach angesprochen hatte, tragen ihre Bedeutung nicht in sich. Derjenige, der die Zeichenfolge interpretiert, muss die Regeln kennen, nach denen die Interpretation erfolgen sollte. Sonst kann das Problem auftreten, dass jemand eigentlich eine Minus 69 aufgeschrieben hat, derjenige, der den Wert liest oder weiterverarbeitet, ihn aber als 197 interpretiert. Auf ähnliche Weise hat die NASA schon eine Mars-Sonde verloren. Diese Art der Zahlendarstellung für negative Zahlen wird so tatsächlich nicht verwendet, dass sie ein paar Nachteile hat. Aber darauf möchte ich hier nicht näher eingehen. Für uns soll an dieser Stelle ausreichen, dass wir wissen, wie wir positive und negative Zahlen darstellen können. Wir wissen insbesondere, wie wir mit der Binärkodierung umgehen. Wir haben gesehen, wie man eine beliebige natürliche Zahl, die wir im Dezimalsystem vorliegen haben, binär darstellen können. Und gerade ganz am Ende auch noch ganz kurz, wie wir eine negative Zahl darstellen können. Die Binärkodierung ist nicht die einzige, die für uns in der Informatik relevant ist. Daher werden wir uns im nächsten Teil angucken, wie die Hexadezimalkodierung funktioniert und anschließend dann dazu übergehen, dass wir nicht nur Zahlen kodieren, sondern uns einmal zumindest ganz kurz damit beschäftigen, wie man auch Texte und andere Dinge kodieren kann. Damit haben wir die Binärkodierung und die Methoden zur Umwandlung kennengelernt. Tschüss, bis zum nächsten Video.